Also, diese ganzen Geheimlogen, nenne ich mal so. Also ich habe mich da ein bisschen damit befasst, aber ich glaube, letztendlich beruht Freimaurertum oder so bestimmte Clubs, die zusammenhalten, oder Burschenschaften, studentische Burschenschaften und so weiter. Es kann ja nur funktionieren untereinander. Erstens ein totales Schweigegelöbnis. Es darf nichts nach draußen drücken, nach draußen geraten. Das zweite ist, man muss Macht und Geld haben. Es muss in irgendeiner Form Macht und Geld mit im Spiel sein. Das heißt, es sind Leute, die in hohen Positionen sind, die also viel Einfluss haben. Und es müssen Leute sein, die entweder selbst viel verdient haben oder über andere an Geld oder entsprechende Mittel hineingelangen. Und damit auch infolge der Nutzung der anderen sich wesentlich mehr Vorteile zu verschaffen. Und es sind meistens Leute, die auch traditionsmäßig dazugehören oder andererseits Leute, die extrem karrieregeil sind, also die vorwärts kommen wollen. Das gibt es in allen Schichten, das gibt es überall. Und die Frage ist, wie man mit sowas umgehen kann. So, als würde man natürlich, mein Gott, kleines Licht, so, was soll ich da machen? Ja, sehr wohl. Also erstens mal spirituell, geistig kann man sich gegen sowas stark machen. Zum Beispiel Tai Chi, Qi Gong oder Karate oder Joggen gehen oder Fahrrad fahren, viel Fahrrad fahren zum Beispiel. Solche Leute sind ja gerne überall unterwegs und treffen dann zum Beispiel auch wieder andere, die Gleichgesinnte sind und sich mit denen gleichgenössig dann nicht mehr vernetzen können. Zum Beispiel sind auch Leute drinnen in solchen Clubs, die absolut nichts auf der Platte haben, aber aufgrund, auch weil sie dazugehören wollen, halt dann einfach mitmischen. Und irgendwie wichtig ist eben, es darf nichts nach außen dringen. Und deswegen ist natürlich jeder, der jemanden attackiert, wo definitiv ein Missstand herrscht und noch immer herrscht oder herrschte, der wird dann torpediert von denjenigen. Die halten also zusammen wie Pech und Schwefel, meint man, und man kommt praktisch gar nicht dazwischen rein, weil die einen gar nicht für voll nehmen und weil, naja, doch, eigentlich schon sehr voll nehmen. Und gleichzeitig versuchen, dich so in die Ecke zu treiben, dass du keine Chance mehr hast, irgendwo noch Fuß zu fassen, irgendwo noch einen Job zu kriegen oder irgendwo noch auftreten zu können oder irgendwo praktisch noch irgendwas Positives zu erreichen. Weil daran sind sie ja nicht interessiert. Denn denen geht es ja darum, ihre eigene Macht zu erhalten und es meistens auch sehr narzisstisch und gleichzeitig die anderen so kaputt zu machen, dass nichts mehr davon übrig bleibt. So, und um das Thema kümmere ich mich jetzt. Und um das Thema kümmere ich mich jetzt. Und um das Thema kümmere ich mich jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020